Hi und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Channel. Ich bin Frederike von Capitole State und wir zeigen euch hier die schönsten Immobilien in der Türkei. Für alle, die neu hier sind, Capitole State ist an der Immobilieninvestment-Gesellschaft mit ihrem Sitz hier in Alanya. Schon seit 2006 betreuen und unterstützen wir unsere Kunden beim sicheren Immobilienkauf. Heute werden wir euch ein wunderschönes Penthouse mit mehr Blick im beliebten Machmutler zeigen, aber lasst uns zuerst am Strand beginnen. Ich glaube, ich werde mich am Meer niemals satt sehen können. Und jetzt stellt euch vor, ihr könntet diesen Blick jeden Tag haben, denn unser Penthouse des Tages befindet sich in einer Wohnanlage direkt am Strand und von der Terrasse aus könnt ihr jeden Tag diesen wundervollen Ausblick genießen. Willkommen zu unserer Immobilie des Tages. Wir befinden uns jetzt auf einem der zwei Balkone hier in diesem Penthouse. Das Penthouse wurde komplett neu renoviert und jetzt lasst uns mal schauen, was es hier alles zu bieten gibt. Kommt mit! Auf dem ersten Stockwerk befindet sich das große und superhelle Wohnzimmer mit direktem Zugang auf den Balkon und tollen Blick auf das Mittelmeer. Im Wohnzimmer befindet sich auch eine offene Küche, die modern und gerade neu eingebaut worden ist. Es gäbe auch die Möglichkeit, Schiebetüren hier mit einzubauen, damit die Küche vom Wohnzimmer separat abgeschlossen wird. Dies ist der Flur auf dem ersten Stockwerk, der Zugang zu einem Badezimmer, zwei Schlafzimmer und zum Wohnzimmer bietet. Außerdem gibt es hier auch einen hochwertigen Einbauschrank. Auf diesem Stockwerk gibt es ein hochwertiges und neu renoviertes Badezimmer mit Duschkabine. Dies ist einer der zwei hellen Schlafzimmer auf dem ersten Stockwerk. Das zweite Schlafzimmer auf dieser Etage hat Zugang zu einem Balkon. Und jetzt lasst uns mal nachschauen, was es alles auf der zweiten Etage gibt. Kommt mit! Auf dem zweiten Stockwerk befindet sich das Hauptschlafzimmer mit begehbarem Kleiderschrank und zutritt auf die große Terrasse mit einzigartigem Ausblick auf das Meer. Wie ich schon vorher erwähne, gibt es hier beim Hauptschlafzimmer einen extra Raum, der als begehbarer Kleiderschrank genutzt werden kann. Was gibt es Schöneres, als jeden Morgen mit diesem Ausblick aufzuwachen? Vom Hauptschlafzimmer gibt es direkten Zugang zu dieser geräumigen Terrasse, die viel Raum für Sonnenliegen und für einen großen Essbereich beüttet. Auf der großen Dachterrasse befindet sich auch ein privater Grillbereich und am Ende der Terrasse sogar ein Jacuzzi. Und was ganz Besonderes hier auf diesem Stockwerk ist, ein Badezimmer mit privatem Hammam und Sauna. Auch auf dem zweiten Stockwerk befindet sich einer der hochwertigen Einbauschränke mit Platz für eure Waschmaschine. Nachgrillbereich und Jacuzzi auf ganzen 220 Quadratmetern. Diese Immobilie kann euch gehören und das Ganze für einen Preis von nur 349.000 Euro. Wenn ihr nun neugierig seid und ihr mehr Informationen und Details zu unserem Angebot des Tages haben möchtet, kontaktiert uns jetzt. Vergesst nicht unser Video zu liken, wenn euch es gefallen hat, unseren Channel zu abonnieren und eure Benachrichtlinien mit einzuschalten, damit ihr auch ja kein neues Video von uns verpasst. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!